Können Sie mir sagen, bis später es ist? Ja, mein Kind. Jetzt musst du aber schnell nach Hause gehen. Wo wohnst du denn, mein Kind? Was zieht denn das Sie an, wo das Kind wohnt? Ich... Bitte? Was wollen Sie denn von den Kleinen? Gar nichts will ich. Was wollen Sie denn überhaupt? Ich muss doch gleich sehen, was ich von dir will. Lassen Sie mich doch los. Das ist ja eigentlich eine Unverschämtheit. Was ist denn los hier? Eine Unverschämtheit. Was hören denn, Herr Brillenaffen? Habt ihr mal nicht so? Erst Kinder anschwatschen. Haule, Rät, so eine Schnauze. Was hat er denn gesagt? Und dann auch noch Kesseln hier an. Aber bitte lassen Sie mich doch los. Ich habe das Kind doch gar nicht angesprochen. Hat wohl die Kleine verschwetten sollen, was? Ja, und den umbringen wie die anderen, was? Ja, ist das nicht der Mörder? Ich bin Mörder. Halt mich feste. Ruf doch die Polizei. Verkürt nicht wie der Kindschuppe hier. Herr Wachtmöchter. Herr Wachtmöchter. Herr Wachtmöchter. Herr Wachtmöchter. Herr Wachtmöchter. Platz machen, meine Herrschaften. Den Eingang frei machen. Mit Kleentassentief festnehmen. Das könnt ihr. Weiter könnt ihr nicht. Fangt doch lieber den Kindermörder. Was? Der Kindermörder? Kindermörder. Gafet der Kindermörder. Weiter geht. Nicht demnehmen. Wacht, der Wachtmöchter. Wacht, der Wachtmöchter. Gafet der Wachtmöchter. Das war's für heute.